Moin, ich zeige euch heute ein paar Übungen, wie ihr euch während eurer Homeoffice oder Homeschooling Sache ein bisschen fit halten könnt oder Verspannungen lösen könnt. Geht schon los, Übung Nummer 1, Dehnung vom Hüftbeuger. Wenn ihr die ganze Zeit sitzt, dann verkürzt er bzw. retonisiert. Ein Bein nach vorne stehen, Ausfallschritt nach hinten, Po auf der Seite anspannen und diagonal strecken. Schiebt ein bisschen das Becken nach vorne, gleichzeitig die Po-Backe auf der Seite anspannen, Dehnung hier vorne. Beidseitig 10 bis 15 Mal. Übung Nummer 2, ihr versucht in einen 90 Grad, 90 Grad Sitz zu kommen und dass beide Po-Backen auf dem Boden sind. Aufrechter Sitz, das wird bei den meisten schon ordentlich in der Leiste zur Spannung führen. Versucht auch beide Knie runter zu kriegen. Aufrechter Sitz und versucht dann rumzudrehen. Auch hier Spannungsgefühl, sieht man schon hier, ist ein bisschen schlechter. Wer das nicht schafft, direkt Arme nach hinten und dann rum. Auch hier so 10 bis 15 Mal pro Seite hin und her. Übung Nummer 3, aus dem Vierfüßler. Durchtauchen, hinterher gucken, durchtauchen, hinterher gucken. Auch natürlich im Wechsel. Richtig weit und aufdrehen für die Brustwirbelsäule. Übung 4, auch im Vierfüßler. Knie berühren nicht den Boden. Dann dreh die über eine Seite auf, streck das Becken und den Arm hoch. Ganze Dorf an der Kette mit reinnehmen. Wieder runter. Vierfüßler. Knie nicht auf den Boden. Andere Seite. Die Arme in einer Richtung, nach einer Linie, Po strecken. Und wieder zurück. Übung 5, aus dem Stand. Leicht ausrotieren stehen, dass ihr quasi mit eurem Gesäß zwischen die Beine kommt. Hände an die Sprunggelenke. Ihr geht ein bisschen in die Kniebeuge. Und streckt jetzt die Beine, sobald ihr könnt. Ja? Nicht überstrecken, sodass der Muskel auf Spannung bleibt. Und ihr versucht, mit dem unteren Rücken gerade zu bleiben. Kniebeuge. Strecken. So, das waren die 5 Übungen hier von mir. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß und lockern den Lernalter ein bisschen auf. Bis bald.